Die Natur liegt uns am Herzen. Deshalb suchen wir immer neue Wege, unser Unternehmen nachhaltiger zu gestalten. Produkte, die aus nachhaltigen Materialien hergestellt sind oder einem nachhaltigen Einsatzzweck dienen, kennzeichnen wir dabei mit dem Berger Bewusst Logo. Und das Beste, eine Übernachtung auf dem Campingplatz ist deutlich emissionsärmer als eine Übernachtung im Hotel. Du fragst dich, für was Berger Bewusst noch alles steht? Das erfährst du demnächst hier.